Wenn ich mal einen einzeln treffe. Fabian, was? Gut, dass ich es nicht bin. Och neee. So many, many times, der Prinz Stanzer. ELECTRICAL 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 Ja, ich bin auch nochmal rein und dann unten in der Ecke lag. ELECTRICAL Ich warte noch. Kann halt gar keinem annehmen geben. Ich glaube auch nicht, dass der Prinz ist safe. Ich, ähm, ich hab meine Aufgaben jetzt gleich fertig, dann lauf ich irgendwem hinterher und dann nicht wundern dann. Ne, Icke. Keine Angst kriegen. Genau, dann machen wir das Good Vote oder was? Ja, hab ich gemacht. Ja, hab ich gemacht. Achso, ja, danke Icke. Ja, ja. Für die schöne Kills, die du heute gemacht hast. Boah, was für die? Ja, an mir, hast du dir mal so'n Report verdient, ne? Ohohohohoh. Oh, wir stellen wieder in der Cafeterina, muss ich schon nach links, ne? Ja hier. Hä? Ach mann. Sei es sicherlich. So, jetzt muss ich irgendeinen finden. Am besten nicht den Mörder. Wow. Ja. Herr Stenzlohn. Gut. Was machen die denn da? So ewig. geil,baj морden. Nee... 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 Haustier, du bist mein Haustier. Sei mein Haustier. Raus, folge mir. Raus, ich kann. Ah, ich kann's gut aus. Ich kann's gut aus. Was macht denn Konstanze? Keine Chance, keine Chance, keine Chance, aber mich noch töten, das war so geil. Mein Prinz ist, glaube ich, zweimal über meine Leiche drüber gelaufen, Konstanze auch dann noch einmal, ohne was zu checken. Wirklich nicht gesehen, leider. Ja, Freunde, war schön, ne? Ja, war super. Was hat man... Du musst die Leute ja irgendwo einzeln erwischen, das ist halt immer unfassbar schwierig. Ich hab dann versucht, mit Türen auf, Türen zu, dies, das, so ein bisschen... Ja, richtig genervt, ey. Aber ich hab niemanden einzeln irgendwie noch mal erwischt hinterher, das war echt... Wo warst du denn? Ja, sieben gegen eins, schon schwierig. Lower Engine, direkt neben der Tür. Ja, das war doch... 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 Ja, weil ich jetzt gar nicht... Ich hab ihn doch... Genau dann hab ich doch gemeldet. Martin, ich weiß nicht, wie ich das hier ausmachen kann, alles. Ja, Martin, kommt jetzt zu dir. Der Prinz ist am Vent vorbeigelaufen und hat das Rot ausgeleuchtet, hab ich genau gesehen. Ja, danke, natürlich. Was hab ich ausgelöst, Tempest? Ja, du bist an so einem Vent vorbei und hat das Rot geleuchtet und dann bin ich direkt weg, weil ich wusste, du bist der Killer. Sieben, was hat man von mir gehört, wo ich nicht gemutet war? Du hast dich geärgert über den... dass das so schnell gelöst wurde. Ja, richtig. Dann hab ich erst mal geguckt, oh fuck, es wär tot, es wär tot. Ah, das fand ich ein bisschen verdächtig, aber ich dachte... Ach was. Ich dachte erst, Sam wurde gekillt und deswegen hat er sich aufgeregt. Nee. Ja, du hast nur so, ah, oder so. Also, weil, ja. Ich hab gesagt, boah, ging das schnell, fuck. Nee, man hat nur noch dieses vom Fuck so ein, ah, hat man eigentlich gehört. Ah, okay, boah. Deswegen dachte ich, es wär tot und im nächsten Moment kommt der mir entgegen. Oh Gott. Alter, ich hab halt Reaktor angeklickt, ich geh fünf Meter, ist ja schon wieder aus, Alter. Echt, das hat mir halt gar nichts gebracht. Hab noch ein bisschen Pech gehabt, auch noch, ey, supi. Eigentlich musst du mir die ganze Zeit hinterherlaufen mit deinem Schild. Ich wollte, pass auf, pass auf, ey. Robert. Ich bin ehrlich, ich hätte dich locker schon zweimal umnatzen können oder sowas. Aber ich hab's nicht gemacht, weil ich Mitleid hatte. Abgehoben. Einfach nur abgehoben. Nee, ich hab den, ich hab den, glaub ich, zweimal am Anfang der Runde weggenatzt oder so. Und ich wollte halt diesmal nicht machen. Ja, es hat Konstanz oder auch nicht interessiert. Aber so oder so haben wir Straßes gemacht. Ja, ja, das ist schon, ja. Ja, war lustig, Leute. Ich bin voll schwer mit dem anderen mitzulaufen. Der haut alle mal ab. Ja, das ist alles ne... Ja, korrekt. Jetzt haben der Robert und Prinz das ja auch. Ja, na, jetzt haben wir zwei Leute mehr. Ja, auf jeden Fall ziemlich lustig. Unserem Player Pool wieder ein bisschen erweitert, das ist schön. Nächstes Mal baller ich so viel, das auf dem Laptop war auf. Ja, ich muss die Michi auch mal da dran setzen. Denk dran, dass wir nur 10 Slots haben. Ja, dann spiel ich ja nicht, oder? Ja, und dann sind immer so viele da, also. Ja, das stimmt natürlich. Wenn der Mann verabredet sich vorher, dann ist das... Auf morgen, oder? War das? Morgen war's, oder? Ne, morgen. Na, Simon, ja, ne. Simon, dann sehen wir uns ja morgen wieder, ne. Der Reaktor muss immer gewartet werden. In 20 Minuten geht's los, oder? Ach shit. Oh Gott. Was ist in 20 Minuten? Morgen. Hahaha. Da kommen wir richtig vielleicht. Ja. Ja. Aber du musst halt... Also 8... Schon... Ja, mit einem Imposter geht's eben, aber... Ja. 8 ist hart. 7 gegen 1 ist halt... Das war schon echt hart. Auf der Map ist schlecht. Da musst du, wenn, dann die groß nehmen vielleicht. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Und... Das Geilste ist halt, wenn du direkt 10 bist und 2 Imposter hast, da musst du dir gar keine Gedanken machen. Wie dumm einfach die Fans im Reaktor sind, Alter. Du kannst halt Upper Engine rauskommen oder Lower Engine. Dafür geh ich doch nicht durch wenn, Alter. Ja. Ist halt ein Raum hoch, ein Raum runter. Ja. Wenn der mich an der anderen Seite der Karte rauslassen würde, oder so würde ich den nehmen, aber so... bringt dem ja halt gar nichts. Ist aber doch... Zu scary, Alter. Kommst da raus und dann kommt da einer. Und dann... Ja, GG. Okay. Aber ich weiß, dass ich beim... Beim ersten Mal habe ich Tempest weggenatzt, wo der auf dem... Ding entstand. Auf diesem MedBase Scanner. Und du kannst ja, bevor du raushüpfst, siehst du ja, was in dem Raum abgeht. Ja. Ja, okay. Dann habe ich ihn halt gesehen, wie er sich gescannt hat, bin rausgehüpft, hab den umgenatzt und bin wieder reingehüpft. Ganz am Anfang? Das war auf dieser Y-Map. So, ja, okay. Das kann sein. Aber nicht heute, sondern... Ach so, ja, ja, ja. Sag mal. Es wird bei Scaled geil, dass er einfach von Electrical MedBay reinwenden kann. Bis dann am anderen Ende. Ich habe in Scaled tatsächlich keinen...